Ich bin vorletztes Jahr, bin ich für ein Jahr nach Japan gegangen. Ich bin da hingekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nichts verstanden. Und dann haben die mich gefragt, was magst du denn, warum bist du überhaupt hier? Und ich wollte irgendwas lustiges sagen und dann fing ich an so, japanische Frauen. Also das, was ich auf japanisch noch irgendwie sagen konnte und alle haben sich totgelacht. Wir mussten häufig auch nicht irgendwie groß miteinander reden, sondern wir haben halt sehr viel miteinander getanzt und es hat sehr, sehr viel über Körpersprache und über das Tanzen miteinander gepasst. Eine Sprache alleine verknüpft Leute halt nicht. Also ich meine, ich bin auch nicht mit jedem, der Deutsch spricht, befreundet hier. Und es war für mich halt vor allem diese Ebene, dass ich halt im Breaking schon ganz gut bin. Und das war so die Connection, die ich dann gemacht habe. Ich mache bei der LVR-Show mit, weil es für mich einfach auch wieder eine Gelegenheit ist, sehr kreativ zu werden. Es sind einfach so unterschiedliche Charaktere mit dabei und es ist eine Hammertruppe. der Original-Show-In-IT